Die Grünen haben eine Vollkatastrophe hingelegt. So sehen Sieger aus. Ein Habeck, ein Kinderbuch, Märchenautor, ach Wirtschaftsminister der Herzen, eine Frau Baerbock, die jetzt auch schon wieder angekündigt hat, dass es doch problematisch ist, den Afghanen nach Hause zu schicken. Und wer ist eigentlich diese Frau hier in der Mitte? Ich habe keinen Plan. Deswegen schauen wir doch direkt mal rein, was die Wahlergebnisse so offen halten. Viele haben über die AfD berichtet, wir natürlich auch und es war ein Hammerrekord, den die AfD aufgestellt hat. Niemand berichtet davon, deswegen haben wir diesen Chart auch nochmal mit integriert in die Präsentation. Unbedingt bis zum Ende dranbleiben und dieses Video weiter teilen. Weil ganz ehrlich, das, was die Grünen hier hingelegt haben, wurde überhaupt noch nicht diskutiert. Deswegen, wenn du auch der Meinung bist, dass es den Grünen recht tut, hier eine Niederlage des Jahrhunderts wahrscheinlich hinzulegen, dann verbreite dieses Video überall und jetzt mal Hand aufs Herz. Gab es Unstimmigkeiten, Ungereimtheiten bei deinem Wahllokal? Hast du das Gefühl, es kommt eine Wahlwiederholung? Wird es vielleicht sogar auch noch Manipulationen geben, die aufgedeckt werden? Wir haben ja auch schon einige Manipulationen hier auf dem Kanal aufgedeckt, gerade das letzte Video ging viral, dank deiner Unterstützung. Und ich muss wirklich sagen, sind wir immer noch in einer Zeit unterwegs, in denen Urnen nicht abgeschlossen werden, in dem immer noch falsche Urnen verwendet werden, in dem immer noch Bleistifte in den Wahllokalen zu finden sind? Und die ganz klare Antwort, ja, in diesen Zeiten leben wir. Und trotzdem wir diese Manipulationen auch von Wahlhelfern teilweise bestätigt bekommen haben, die haben uns nämlich auch teilweise geschrieben und teilweise eben Screenshots bei Social Media auch nochmal gesichert und da sagen wirklich Wahlhelfer, sobald jemand die AfD wählt oder ich irgendwie ansatzweise das erkenne, wird der Stimmzettel vernichtet. Also es ist kein Scherz, das haben wir zuhauf von euch bekommen, deswegen werde auf jeden Fall Teil der Community, weil wir wollen hier aufklären, was eigentlich passiert in Deutschland und was mich eigentlich, was mir noch keiner so richtig erklären konnte. Warum die CDU? Leute, das ist auch eine Altpartei. Der Friedrich Merz, der muss sich doch einen juckeln da drauf beziehungsweise sich einen Tod lachen, wenn er das Ergebnis sieht, weil er eigentlich nichts dafür gemacht hat, beziehungsweise auch hier wirklich die CDU doch uns 2015, gerade beim Migrationspolitik-Thema, das Ganze eingebrockt hat. Also auch das haben anscheinend die Leute komplett vergessen und die Leidensfähigkeit, ich bin immer wieder sehr fasziniert, wie lange eben auch die Deutschen leiden können und wenigstens eine Gruppe und das werden wir gleich auch noch am Ende des Videos verraten, eine Gruppe hat sich tatsächlich ordentlich herauskristallisiert als die AfD-Anhängerschaft, beziehungsweise hat ein Zeichen gesetzt, welche das sind, das werden wir uns gleich ansehen. Und ich muss dazu sagen, also ganz ehrlich, bei den Grünen sieht wahrscheinlich der Chart so aus, wenn man ihn umdreht, dann sieht das doch alles wunderbar aus, dann sind doch die Grünen eigentlich die Gewinner. Das Problem ist allerdings, wenn man den Chart dann umdreht, weiß man mit minus 8% und gerade auch die Linke oder eben auch die FDP, alle haben sie verloren und die CDU ist eben nicht der ganz klare Sieger gewesen. Ich sag dir auch warum, weil 1,1% Pluspunkte zur vergangenen Europawahl ist jetzt doch nicht der Erfolg oder der Sieg, der ganz klare, wie es immer wieder in den Medien dargestellt wird. Natürlich in absoluten Zahlen wollen wir es gar nicht in Abrede stellen und deswegen erstmal Gratulation an die AfD, also gerne mal deine Gratulation in die Kommentare schreiben, je nachdem welcher Partei du gratulieren willst. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die grüne Bubble richtig tobt vor Wut. Die sind richtig stinkesauer und unter anderem konnten wir tatsächlich dieses Bild hier finden und da wollte jetzt das ZDF natürlich wieder beweisen, ah schaut euch an, die AfD-Wähler, das ist doch ein Denkzettel, der hier verpasst werden soll. Ja und wie sieht es dann hier angeblich aus, also da bin ich mal gespannt. Alle sagen von der AfD, sie wurde deswegen gewählt, um einen Denkzettel für andere Parteien zu verpassen und nur 27% geben an wegen den politischen Forderungen und dann hat man einfach hier versucht, die AfD schachmatt zu setzen. Die Anhänger der AfD, 70% sagen dort, wegen den politischen Forderungen werden sie gewählt und 28%, dass sie ein Denkzettel für andere Parteien sind. Ganz ehrlich, ich persönlich gehe davon aus, dass es natürlich einfach logisch ist, dass die Leute, die sich mit der AfD beschäftigen und den Wahl-O-Mat mal gemacht haben, also gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Ergebnis bei dir beim Wahl-O-Mat rauskam und komischerweise habe ich ganz, ganz viele im Bekanntenkreis, die auch andere Partei wählen, wo auf jeden Fall die AfD in den Top-3-Plätzen mit dabei waren. Also entweder haben die den Wahl-O-Mat richtig gut, einfach mit künstlicher Intelligenz und mit was auch immer, mit irgendwelchen Hightech-Robotern geknackt und wussten genau, worauf es ankommt. Oder aber, die Themen sind bei ganz, ganz vielen eben relevant. Und bevor ich dir gleich auch sage, bei welcher Gruppe, und das ist eigentlich sinnbildlich dafür, was hier in Deutschland gerade abgeht, hat man dann auch noch eine weitere Tatsache aufgestellt. Ja, das finde ich auch sehr heftig. Und zwar hat man hier bei den 70 und Älteren, die hat man sich jetzt genommen. Ja, und das finde ich auch immer wieder schön, weil da sieht das Bild so aus hier. Also die CDU gewählt. Und jetzt hieß es von den Grünen, das musst du dir mal vorstellen, weil die ja 1945 und diese düstersten Zeiten miterlebt hat. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich will dir jetzt nicht irgendwie was sagen, aber da wird es auch wieder peinlich. Wie alt musst du bitte schön sein, um als 18-20-Jähriger diese Zeit um 1945 mitgemacht zu haben? Also entweder bist du über 95 oder 100 oder 110 Jahre alt. Also nenn mir einen, den du kennst, der so alt ist. Oder aber, das ist mal wieder ein geframetes Narrativ, was man hier erzählen will. Schaut euch an, die wissen, die haben die Zeit mitgemacht, deswegen haben die so wenig die AfD gewählt. Also ganz ehrlich, das ist eine so komische Begründung. Für mich persönlich würde es mal interessieren, warum meinst du, haben gerade die Älteren so viel CDU gewählt? Also schreib es gerne in die Kommentare. Ich will da keinen irgendwie verurteilen. Jeder hat ja Meinungsfreiheit und auch Wahlfreiheit. Das sollte ja für jeden gelten. Aber ich finde einfach auch, das ist nur meine persönliche Einschätzung, das sind viele Stammwähler. Also es kann mir keiner erzählen, dass da die CDU-Positionen jetzt eben jeden irgendwie total abgeholt haben in den letzten Monaten. Sondern im Gegenteil, was Friedrich Merz da auch teilweise bringt, mag ich zu bezweifeln. Der Typ kommt von BlackRock und naja, so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also gerne mal deine Meinung zu Merz in die Kommentare schreiben. Aber das ist hier ein Chart, den man ganz oft zitiert hat. Aber, und jetzt wird es interessant, einen Chart hat man weniger zitiert. Und das macht mir persönlich eigentlich auch ein bisschen Angst, weil man hier wieder alles runterspielen will. Übrigens auch zu Elon Musk wird es nochmal ein Video geben. Der hat sich nämlich auch wieder positiv zur AfD geäußert. Und zwar ist das hier der erste Chart. Den haben wir auch schon gezeigt. Vielleicht 16- bis 24-Jährige wählen zum großen Teil die AfD. Aber, und das ist eigentlich auch das Traurige, und hier merkst du auch, dass die Grünen definitiv verloren haben, wenn du Lebensstandard niedrig eingibst. Also die Menschen, die ganz klar nicht mehr wissen, wie sie die Stromrechnung bezahlen wollen, wie sie die Lebensmittel bezahlen können, wie sie die Familie über Wasser halten können, das sind die Menschen, die eigentlich was gewählt haben. Richtig, die AfD. Und da will ich mal ein großes Lob aussprechen, auch an die Arbeiterklasse. Wirklich mal gratuliere in die Kommentare schreiben. Gratulation an die Arbeiter und an diejenigen, die eben schon merken, die Altparteien, die funktionieren nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das hier ist für mich der wichtigste Chart bei dieser Wahl gewesen, weil es so sinnbildlich dafür ist. Denen, denen es gut geht, die, was für ich, eine halbe Million auf dem Konto Reserve haben, denen ist doch egal. Die können dann sich dann auch über die ganzen Umweltthemen kümmern und ach, was esse ich denn morgen für Kaviar. Aber da siehst du, dass der Wohlstand eben bei ganz vielen stark vernichtet wurde und der Reichtum und was weiß ich, das Vermögen und bei anderen wiederum, die sind noch verschont geblieben und die wollen einfach, dass es so weiterläuft wie bisher. Und deswegen, was ist deine Prognose? Wird das bei der nächsten großen Wahl anders sein? Wird die AfD die Union irgendwie noch davon jagen können, in Anführungszeichen? Oder wird es leider so bleiben und die AfD würde immer nur zweitstärkste Partei bleiben? Ich bin mal gespannt auf deine Prognose und wir sehen uns beim nächsten Mal.